So, es geht um Topinambur. Wahrscheinlich steht es auf so einem Titel. Und dem widme ich mal wirklich ein komplettes Video. Topinambur für die schleimfreie Heilkost oder schleimarme Kost oder wie auch immer, basische Heilkost, ist extrem geeignet, weil sie enthält keinerlei Stärke. Und sie schmeckt zudem extrem gut, finde ich. Ich habe, ja als ich das erste Mal Topinambur gegessen hatte, war das relativ frisch geerntet und habe das einfach geschält und roh gegessen. Man hat wirklich was richtig Festes reingebissen, es war sehr wässrig, hatte wenig Geschmack. Jetzt habe ich gestern Topinambur auch roh gegessen, den hatte ich jetzt schon in zwei Wochen liegen circa. Und der ist dann, ja, ein bisschen getrocknet, vor allen Dingen ledrig geworden. Das hat so die Konsistenz von Fleisch gehabt, also wirklich so trockeneres Fleisch. Also jetzt nicht komplett trockenes Fleisch, aber so trockeneres Fleisch konnte man auch so auseinanderfrieren mit Fasern. Das war so wie Putenfleisch irgendwie. So war die Konsistenz und das hat auch, von der Konsistenz im Mund, das hat sehr gut gemundet, sage ich mal. Also ich war da extrem begeistert vom Geschmack, also das ist genau mein Ding, sowas. Und wie gesagt, halte ich diese Pflanze und dieses Nahrungsmittel für extrem wertvoll, weil die wirklich keine Stärke enthält. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein ganzes Kilo davon essen würde, also ein Kilo Topinambur, hat erstmal nur 300 Kalorien. Das passt dann in dieses Konzept, dieses kalorienreduzierte Konzept. Das ist aber jetzt überhaupt nicht das Wichtigste ist. Man kann die halt auch wirklich braten wie Pommes, backen wie Pommes oder halt auch braten. Am besten backen. Und mit diesem 1 Kilo hat man bereits ca. 800 Milliliter oder 800 Gramm Wasser zu sich genommen. 125 Gramm Ballaststoffe, dann wären wir schon bei 925 von 1000. Andere 25 Gramm sind Eiweiß. Also auf 300 Kalorien 25 Gramm Eiweiß ist auch extrem gut. Dann haben wir 4 Gramm Fett. Und der Rest sind 40 Gramm Kohlenhydrate und ungefähr 2 Gramm Mineralstoffe. Vielleicht noch ein bisschen Asche oder so. Ja, also auch extrem fettarm, also 4 Gramm auf 1000 Gramm nur. Das sind 0,5% Fett. Also es gibt eigentlich nicht viel fettarmeres, eher mares. Und die 40 Gramm Kohlenhydrate auf 1000 Gramm oder 4 Gramm auf 100 Gramm, was ja auch sehr wenig ist. Das sind ja auch nur 4% natürlich. Die bestehen zu 2,9%, also so ca. 2 Drittel aus... Quatsch, aus 3 Viertel, oder zu 3 Viertel, Entschuldigung, aus Oligo- oder Polysaccharide. Zum größten Teil meine ich, oder ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem Teil, auf jeden Fall ist halt Inulin enthalten. Und das ist ein Polysaccharide, aber der ist unverdauliches Polysaccharide und wird deswegen auch als Ballaststoff betitelt. Das heißt, es bleibt nur noch 1 Gramm übrig von den Kohlenhydraten und das sind, ich meine, das wären Monosaccharide gewesen. Ja, Zucker. Schmeckt auch süßlich etwas. Und ja, keine Stärke. Kann man auch roh essen, schmeckt roh, super. Kann man zur Not aber halt natürlich auch kochen oder dünsten oder backen oder braten, wie auch immer. Brot herstellen kann man daraus sehr gut, auch Rohkostbrot. Und ja, ich bin auch vom Geschmack sehr begeistert und es ist sehr eisenreich. Also wenn man jetzt ein Kilo davon essen würde, hat man 37 Milligramm Eisen zu sich genommen. Der Tagesbedarf ist ungefähr bei 14 oder 10, wenn überhaupt. Bei Rohkostan sowieso weniger. Das heißt, bei Eisenproblemen, also Mineralprobleme haben öfters mit dem geschädigten Darm zu tun. Da bringt es eigentlich nicht viel, sehr viel Eisen oder irgendwelche anderen Präparate zu nehmen. In manchen Fällen funktioniert es natürlich schon. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall extrem eisenhaltig. Kalorienarm, wie gesagt. Sehr ballaststoffreich, sehr wasserreich. Schmeckt ein bisschen süßlich, keine Stärke. Schmeckt sehr gut. Also es ist auf jeden Fall noch besser als eine Süßkartoffel, glaube ich mal. Ja, da wollte ich nur kurz ein eigenes Video drüber machen, weil ich mal wieder begeistert war. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.